ok was haben wir jetzt hier das ist weg da haben wir echt gut dinge kriegt können wir eigentlich hier noch was machen ich muss jetzt schon mal ich will da jetzt geld dafür zahlen mit unserem bruder können wir nicht mehr machen der haust und sollte einfach soll man uns mal ja die will heute geschenkt für 150 dollar wir haben mal mit weiß die children ganzen tag mit ihrem pinken büchlein meint die ganze jetzt ist die obergeile und dann wenn du dir sagst schatzi bubi ja bisher nie für mich da ach so naja guck hier so wenn ich dir jetzt ein geschenk für 150 dollar machen war sofort wieder dabei oder kannst du nicht mal in der zeit kann dich halt so viel trainieren eigentlich schon die ganze zeit es ist so dumm ja 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 aber es zu vom dinge wir haben heute mehr verloren als wir gewonnen haben aber nicht gut nicht gut kommen die hört uns jetzt nicht mal mehr zu jetzt sagt die hört es immer zu ach liebling ach jetzt auf einmal kam erlaubt man ganz lang mit ihr und sie liest in ihrem buch und hört uns nicht zu aber jetzt auf einmal ist es wieder cool oder was jesus hier haben wir 75 das heißt das haben wir aber erstens wird wobei dann vom dinge müssten wir das machen aber ganz anders vom dinge müssten wir jetzt 500 dollar du verbrauchst weniger energie beim training und weniger essen ach das ist der vorteil so ja okay man verbraucht um einiges weniger energie holy okay das kras das ist krass du brauchst wirklich sehr viel weniger energie jetzt gibt es halt reichen bbui genau wie wir für migra will ja dann liefern mit pizza ich hab jetzt auch keine ahnung was wir sonst machen pizza boobie jetzt mal jetzt noch einmal und das top ist der top so sei gegrüßt man hört ja ab und wir können hier kein geld ausgeben sorry apu wir müssen uns vor dem arsch füttern lassen der wieder nix kocht der wirklich wieder nix kocht offengesicht ich liebe es immer wenn ich während aufnahmen weist den ganzen tag will kein mensch was den ganzen tag ich setze mich hin zum aufnehmen in einer schreibt mir wer vorzeit also es ist wirklich so murphy slow mäßig wirklich furchtbar das soll mehr waren heute arbeiten den wert haben wir überhaupt nicht gut nicht gut wir müssen uns in der wertschule holten das ist überhaupt nicht gut hör auf das ist alles hier ein bisschen ass smells like ass smells like ass das arsch wieder scheiße auf ja ich bin ein bisschen so vom ding her könnten wir jetzt sterne verdienen naja wir könnten ihn auch verdient also ihn am wir schmeißen jetzt eine party aber über verщend gibt der mal wie lange das dat ist darauf fast so an tag was ich bearbeiten wenn du müde bist langsam geht es ein bisschen so wirklich an die substanz muss ich sagen was ach mir könnte es öfter machen wow wir sind jetzt einfach absolut gern worden das ist jetzt gar nicht gut ich meine ich kriege mir gleich wieder hoch wir sind jetzt übergescannt worden einen halben tag okay aber vom ding her vom ding her können wir jetzt hergehen und den ersten rausfordern und das glaube ich machen wir jetzt auch das training hier musste ich jetzt dann nehme ich einmal auszahlen bin ehrlich wir sind jetzt auch schon wieder nicht mehr verliebt ist ja klar wir sind einfach fünf minuten vier tage wieder verspielt die liebe zu der der frau hält halt auch immer nur fünf minuten das ist krass und wir brauchen aber wieder zehn minuten damit ja bist du ne naja okay gut den bram auf 9 ok stop 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 hör auf reicht nämlich genau muss man mal kaviar fressen soll man einmal schnell pennen für einen kleinen energieschub können wir mal nur machen stop stop du kleiner wichser ja gut dann pende ich voll offe ist jetzt natürlich auch nicht voll aber was würde ich machen weißt und er macht uns halt wirklich jeden zweiten tag einmal so eine komplette reihe durch junge ich fress das halt auf einen tag alles weg und der kaffee reicht halt auch niemals einen tag ab das ist so dumm eigentlich also neb bebebebebebebebebebebebebeb gut ähm heut heute hat er hat es müssen wir noch hochkriegen hallo So, und jetzt gehen wir kämpfen Jetzt bin ich gespannt Okay, Modern Mike 11, 14, 12 Boah, ich bin gespannt Okay, wir starten auf jeden Fall schon mal gut Schicken ihn auf die Bretter Zweimal in der ersten Runde auf Bretter geschickt Das ist sehr wichtig Wichtig und richtig Holy Ich denke mal, dass wir den gleich so zusetzen Ich meine, er wischt uns auch gut Drittes Mal ausknockt Und jetzt ist es vorbei Jawohl Moino 1000 Dollar Bitte gerne Nehmen wir natürlich An So Der nächste ist Der Mighty Bruce Bruce Lee, meine Damen und Herren Nachdem übrigens kleiner Funfact auch Kick Lee Gemacht worden ist Und Nocturne war Was war War er auch Nocturne? Er war Kick Lee, oder? Also Pokémon Obvious Also An alle, die kein Pokémon kennen Löscht euch und informiert euch Danke So Pass auf Tägliches Einkommen Könnten wir jetzt erhöhen Mit Den 1000 Dollar Und den 300 Room Könnten wir jetzt eigentlich Unser tägliches Income erhöhen Und ich glaube Das wäre es auch wert Das machen wir jetzt auch Wow Teuer Ich kriege jetzt die 100 Wahrscheinlich kriegen wir jetzt am Tag 20 Sterne Ich guess Ähm Ja, ist aber okay Würde ich jetzt einfach mal behaupten Ähm Talent Die Frage ist Brauchen wir noch irgendwas? Rote Turnschuhe Die Frage ist Ob wir das wollen Erhöht die Wahrscheinlichkeit Dass du Angriff erfolgreich ausweichst Erhöht aber auch Deinen Energieverbrauch Da ist die Frage Lohnt sich das? Man weiß es nicht Also ich weiß es nicht Vielleicht wisst ihr es ihr Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen Wenn ihr wollt Ähm Weil ansonsten Technik nachahmen Müsst mal wieder Als aktives Talent reintun Kobra Schlag Glaube ich Ist geil Triste ein Gegner mit einem Schlag Der ihm Gesundheit bis zum Ende des Kampfes abzieht Ich glaube ist geil Ich glaube das wird sich mehr lohnen Als Er hier Ja er ist ja komplett für den Arsch eigentlich Ist die Frage Ich weiß es nicht Ähm Ja Ähm Weil es ist halt wirklich schwer Finde ich Okay das ist geil Dass wir Wir bleiben mittlerweile auf über 17 Das ist sehr nice Guck mal wie langsam das halt jetzt Ja wohl Manchmal gibt es einen krassen Schub Ja ich weiß es halt nicht Das ist ja wirklich die Frage So vom Ding her Daily Income ist okay Wir haben jetzt Daily Income 100 Dollar Ähm 20 Sterne glaube ich Ich habe jetzt nicht aufpasst Aber es müssten normal 20 Sterne sein Alles andere würde ja keinen Sinn machen glaube ich Ähm Weil Das Geld ist ja auch doppelt Wäre Wenn wir jetzt 25 Sterne kriegen würden Wäre Ich jetzt der Letzte Der sich darüber aufregen würde Ähm Ich glaube aber wirklich Dass das Gameplay Jetzt Gerade Ähm Nicht mehr recht viel weiter gehen wird Also ich glaube An der Stelle wird es jetzt stagnieren Weil wir halt jetzt wirklich Nur noch das haben Wir können jetzt einmal zu ihm drüber gehen Hier unsere 20 Dollar Pain Dem aufs Maul haben Dafür drei Skillpunkte mitnehmen So das Ding ist Der trifft uns halt eigentlich gar nicht mehr So Erste Runde K.O Übel geil Nicht mal Leben verloren Weil es den nicht drauf hat Richtig nice So vom Ding her Weil wir ein Daily Income von 100 Dollar haben Glaube ich Werde ich mir jetzt einfach auch hier Ein vorderter Ein Energy zulegen Wieder Und Tiefkühlpizza Bro Ist wichtig Mucki Ingo läuft Auf Tiefkühlpizza Da kannst du ja nichts anderes sagen Der lebt davon Ähm Der Kühlschrank ist auf jeden Fall mehr als voll jetzt Wir pumpen uns jetzt hier erstmal drei Energies rein Dann hauen wir uns noch einen Kaffee rein Dann gehen wir wieder trainieren Und Leute Dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Session wieder Ich muss jetzt los Ähm Ja Bis dahin Macht's gut Und Vielleicht Machen wir in der neuen Session Bruce Lee Stay tuned Bis dahin Ciao Bis dahin Bis dahin Bis zum nächsten Mal.